Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zum Programmieren Lernen. So, heute wollen wir uns nochmal mit dem Debugging beschäftigen, allerdings auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar wollen wir nicht laufen und Code irgendwie inspizieren, sondern wir wollen uns einfach fertige Testfälle schreiben, die dann eben unseren Code für uns testen. Und dazu mache ich jetzt hier einfach mal, wobei wir brauchen kein Public, wir machen einfach eine Funktion, Function Void oder sowas, gibt nichts zurück. Und wie nennen wir die einfach mal, ja, meine Funktion. So, und jetzt sagen wir hier drin, okay, wir wollen jetzt hier irgendeinen Code haben, den wir nachher testen. Das heißt, wir schreiben hier irgendwas, return irgendwas. Und das ist auch tatsächlich alles, was diese Funktion tut. So, und jetzt gibt es ein paar verschiedene Arten, wie man testen kann. Zum Beispiel die Unit-Tests. Das heißt, wir haben als erstes mal, also wir werden auch noch ein bisschen genauer uns mit Tests und allem beschäftigen. Aber heute will ich euch zeigen, was ihr tatsächlich in eurem Code immer machen solltet. Und zwar Tests, weil man da wirklich automatisiert alles rausfinden kann. Also wenn es irgendwie einen Bug gibt oder sowas, kann man da super einfach alles finden. Deswegen ist es immer sehr, sehr nützlich. Okay, Unit-Tests sind meistens irgendwelche speziellen Funktionen. Und normalerweise habt ihr dann wirklich eigene Klassen für eure Unit-Tests. Das heißt, das hier liegt in einer anderen Klasse oder in einer komplett anderen Datei auch normalerweise. Ihr solltet die Testfälle immer trennen. Ich mache das jetzt hier nicht, weil wir natürlich sonst nicht sehen können, was ich euch zeigen will. Aber normalerweise solltet ihr immer die Testfälle in eine komplett andere Datei auslagern, wie euren eigentlichen Code. Und jetzt sagt man hier, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Testfall. Zum Beispiel erbt diese Klasse, also normalerweise eben, wie gesagt, immer eine Klasse, MyTests. Und die erbt dann meistens von irgendeinem Testfall oder sowas. Zum Beispiel Test, Ups, Test, Case. Case oder man erstellt sich über New tatsächlich einen neuen Testfall oder sowas. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also das ist jetzt wirklich nur eine davon. Da gibt es ein paar. Und jetzt kann man sich hier wirklich einfach nur normale Void-Funktionen basteln. Und die sind dann tatsächlich, keine Ahnung, also die müssen natürlich Public sein. Public Void Teste meine Funktion. Und jetzt machen wir hier drin tatsächlich einen echten Testfall. Und was jetzt am Ende passiert ist, also normalerweise hat dann auch eure Entwicklungsumgebung irgendwie ein Button, wo man einfach sagen kann, testen. Und dann werden alle Testfälle durchgelaufen gelassen. Automatisiert. Und man sieht dann am Ende, wie lang die gebraucht haben und so weiter. Das ist eben der Sinn, dass man hier von einer Test-Case-Klasse oder von irgendeiner ähnlichen Klasse dann erben kann. Da sind einfach noch mehr Methoden drin. Und die haben dann alle eine Test-Case-Run-Funktion. Und da werden dann eben alle Funktionen automatisiert durchlaufen lassen. Und man testet immer, wie lange eben diese Funktionen zum Beispiel brauchen. Da findet ihr auch raus, welches eure langsamste Methode ist. Welche vielleicht am ehesten optimiert werden sollte und so weiter und so fort. Optimieren in dem Sinne natürlich, diese Methode braucht am meisten Laufzeit. Also macht es am meisten Sinn, da irgendwie noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinzustecken, um den Code vielleicht ein bisschen schneller laufen zu lassen. Solche Sachen findet man über Test-Cases auch raus. Aber jetzt noch zu meinem Test-Case zurück. Wir wollen überprüfen, ob man eben, oder was hier eben rauskommen soll, ob das auch wirklich korrekt ist. Und dazu sagt man normalerweise Assert. Also Assert bedeutet so viel wie Annehmen. Das heißt, ich nehme an, dass irgendwas der Fall ist. So, was möchte ich jetzt überprüfen? Ich möchte überprüfen, ob das Ergebnis von meiner Funktion, Achtung, hier kann es passieren, dass ihr einen Import braucht. Also irgendwie vorne dran sagt, ich möchte tatsächlich diese Datei benutzen hier. Aber ich glaube, das machen wir noch separat irgendwann. Also das Ergebnis von meiner Funktion soll gleich sein wie, und dann könnte ich hier zum Beispiel irgendwas hinschreiben, und dieser Test-Fall würde jetzt hier True ergeben. Das heißt, er würde erfolgreich durchlaufen. Also dieses Assert ist auch was, was eure Test-Case-Klasse normalerweise euch mitliefert. Wenn ich hier irgendwie eine andere Variante ist, oftmals, dass es hier ein Assert True gibt, dann müsst ihr natürlich nicht meine Funktion Komma irgendwas, sondern ihr müsst tatsächlich ein Boolean leisten. Und der soll dann natürlich gleich sein, beziehungsweise hier Punkt Equals, Punkt Equals, äh, ja. Ihr wisst, was ich meine, Punkt Equals. So, also zum Beispiel, dass man da einfach sagen kann, okay, man vergleicht hier drin tatsächlich was, was dann eben gleich sein muss, und das gibt dann natürlich True zurück, wenn es wahr ist. Das heißt, wenn die beiden gleich sind, also wenn das Ergebnis richtig ist, und es gibt False zurück, wenn es eben nicht so ist. So, ähm, jetzt gibt es natürlich hier viele Leute, die behaupten, Unit-Tests sind nicht so geil, ähm, man soll gar keine Testfälle schreiben, ist aber eigentlich irgendwie Bullshit, weil man braucht Testfälle, man möchte nicht jedes Mal von Hand alles überprüfen, zumindest in einem großen Projekt dauert das wirklich ewig. Ähm, deswegen sollte man immer Testfälle haben. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, man sollte zuerst die Testfälle schreiben und danach den eigentlichen Code. Sinn dahinter ist der, dass man, ähm, wenn man die Testfälle zuerst schreibt, dann weiß man schon mal, was man für Methoden hat, man weiß, ähm, was man für, was man testen möchte, und man weiß auch, dass sein Code irgendwie testbar ist. Denn so Sachen wie Prints lassen sich eigentlich in den meisten Fällen quasi gar nicht testen. Also sowas wie Print irgendwas lässt sich im Notfall noch testen, aber da muss man schon irgendwie richtig viel machen. Man muss irgendwie den Standard-Output, äh, umbiegen, bevor man die Funktion aufruft. Dann muss man die Funktion aufrufen, den Standard-Output, ähm, wurde dann irgendwie in eine, in, äh, irgendeine Variable umgeleitet und dann muss man diese Variable wieder hier vergleichen, ähm, und danach muss man erstmal sagen, okay, jetzt überprüfen wir das und danach muss man immer noch sagen, okay, wir leiten den wieder zurück. Das heißt, die Testfälle sind einfach so schwer zu schreiben, dass man in den Testfällen schon meist Fehler macht. Deswegen, ähm, ist es irgendwie ungünstig, zum Beispiel sowas wie ein Print überprüfen zu wollen. Und wenn man dann natürlich in den Testfällen einen Fehler hat, dann wird es schwierig, den tatsächlich zu finden. Also Testfälle sind sehr kacke zu debuggen, kann ich mal so behaupten. Ähm, aber deswegen sagen viele Leute, vorher Testfälle schreiben, bevor man überhaupt anfängt, mit dem eigentlichen Programm, ähm, weil man dann eben solche Sachen hat und dann hat man nur im Hauptcode eben diese, ähm, diese Aufrufe für Print und dann sagt man Print meine Funktion, aber meine Funktion lässt sich unabhängig von eben dem Print überprüfen, was natürlich irgendwie leichter zum Überprüfen ist tatsächlich. So, eine weitere Richtlinie ist, man sollte möglichst pro Testfall, also das ist ein Testfall hier, ähm, ich kann jetzt hier aber noch einen zweiten Testfall reinpacken, indem ich einfach noch eine Methode hier rein haue, ähm, genau so. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel einen zweiten Test machen, indem ich hier auch wieder zum Beispiel das überprüfe, weil ich gerade nichts anderes zum Überprüfen habe. Aber, ähm, ja, man sollte möglichst nur ein Assert pro Testfall machen, ähm, oder vielleicht auch nur höchstens zwei, aber so wenig wie möglich. Also dass man vielleicht hat, ähm, man hat ein Ergebnis, das kann variieren zwischen zum Beispiel 0 und 1, dann sagt man, ein Testfall ist, dass es kleiner gleich 1 ist und ein Testfall ist, dass es größer gleich 0 ist. Das werden tatsächlich, ähm, da kann man sich drum streiten, kann man jetzt sagen, okay, ich nehme zwei Testfälle oder ich packe alles in eine Testfallmethode rein, weil wirklich auch beides zusammengehört. Aber zwei komplett unabhängige Methoden oder Funktionen von, äh, Testen sollte man immer, immer, immer zwei Testfälle machen, im Notfall oder manchmal sogar sollte man mehrere Testklassen machen. Ähm, ja, tatsächlich und, äh, zum Beispiel, wenn wir an Runden denken, also wir wollen natürlich manchmal Sachen runden, also wir haben irgendwie eine Runde-Funktion und diese Funktion rundet uns ab 0,5 auf und unter 0,5 eben ab. Dann macht natürlich das Testen hier Sinn, indem ich einfach viele verschiedene Werte reinstecke, von mir aus auch Random-Werte, und die dann eben vergleiche mit dem, was tatsächlich rauskommen soll. Ähm, aber natürlich muss man hier auch immer aufpassen, dass man irgendwie nicht zu viele, also, ich weiß nicht, man soll das halt nicht übertreiben mit den Testfällen. Man kann natürlich auch mehr Testfälle als eigentlich ein Code schreiben und das ist tatsächlich häufig der Fall. Ähm, ich persönlich bin davon nicht so ein Fan, weil man natürlich dann einfach zu viele Testfälle hat. Also man, man steckt quasi mehr Zeit ins Testen, als tatsächlich in die Entwicklung. Man sollte teilweise halt, also Tests können nicht alles finden. Man kann mit Tests sehr viel machen, aber manche Sachen lassen sich halt einfach nicht gut testen. Ähm, und da sollte man natürlich dann einfach sagen, okay, ich überlege mir, ob ich nicht vielleicht meinen Code nochmal durchlesen lasse von der zweiten Person, die da gerade nicht so dran ist. Ähm, solche Dinge nennt man Reviews, aber das geht jetzt hier zu weit. Ich will euch eigentlich nur zeigen, was Unit-Tests sind. Ähm, das kommt dann noch irgendwann anders. Ähm, noch eine kleine Sache hier zu den Testfällen. Man sollte sie nicht um eine Testklasse, also wenn ich jetzt hier irgendwie eine Klasse habe, Class, meine Funktion von mir aus, ähm, dann sollte ich nicht meine Testfälle um diese Klasse rum organisieren, also dass ich hier eine Klasse für eine andere Klasse, also eine Testklasse für eine Klasse habe, sondern man sollte die Testklassen, also die Dinger hier, sollte man um Objekte rum orientieren. Das heißt, man hat irgendein Objekt im Speicher und man prüft immer mal wieder, wie dieses Objekt zu dem Zeitpunkt aussieht. Das heißt, ähm, es muss nicht um Klassen gehen, sondern es geht tatsächlich um zusammenhängende Dinge und diese zusammenhängenden Dinge sollten in die Testklassen jeweils rein, also eine Testklasse pro einem zusammenhängenden Ding sozusagen. Dann, ähm, wie oft sollte man Tests ausführen? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese ganzen Testfälle für ein riesiges Programm geschrieben habe und das riesige Programm selber, wie oft sollte ich diese Testfälle ausführen? Ich sollte die Testfälle immer ausführen, wenn ich fertig kompiliert habe, damit ich natürlich auch weiß, dass es irgendwie einen Fehler gibt. Und es gibt auch solche Leute, die sagen, ähm, man darf nicht heimgehen, bevor nicht alle Testcases in Ordnung sind. Also wenn man was wirklich abgibt, jeden Tag gibt man meistens was ab, man gibt ab und dann fixt man, was in den Testfällen schiefgelaufen ist. So, ähm, überlegt man sich sozusagen. Also dass man quasi automatisiert hat, okay, äh, hier ist was schiefgegangen, also muss ich da nochmal reingucken. Man fixt es und dann schaut man sich den nächsten Test an, der schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Ähm, dann noch eine Kleinigkeit. Ja, ich weiß, wir haben heute sehr viele gestückelte Informationen, aber so ist es leider. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, diese Funktion aufrufe, dann ist das nicht schlimm. Aber, sagen wir mal, wir haben hier noch eine Variable war gleich 2 oder sowas. Und hier drin sagen wir plötzlich war gleich 4. Und ich teste hier meine Funktion, die jetzt von mir aus war zurückgibt. Ähm, und danach teste, wobei sie muss eigentlich nicht war zurückgeben. Und danach teste ich, ob meine Variable war gleich gleich 2 ist. Achtung, auch wenn in eurem normalen Programm diese Reihenfolge, also wenn von mir aus meine Funktion niemals ausgeführt wird, bevor diese Variable hier 2 sein muss, dann wird trotzdem hier diese Funktion ausgeführt. Das heißt, sie verändert diese Variable war. Das heißt aber auch, dass sie danach nicht mehr 2, sondern 4 ist. Das bedeutet, man verändert auch seine Umgebung. Und deswegen kann es sinnvoll sein. Oder ist es tatsächlich möglich, dass ihr hier, wenn ihr, ähm, einen Testcase laufen lasst, dann geht der in Ordnung und der hier schlägt fehl. Und wenn ihr den hier nicht mehr laufen lasst, also man kann oftmals auch einzelne Testfälle dann in seiner GUI-Umgebung wählen, ähm, wenn ihr den hier nicht mehr laufen lasst, dann ist der hier in Ordnung. Das führt meistens dazu, dass die Leute sich an den Kopf fassen und denken, was zur Hölle ist schon wieder mit meinem PC los, habe ich irgendwie ein Speicherproblem oder sonst irgendwas. Ähm, das liegt oftmals daran, dass man unerwartete Seiteneffekte hat. Das heißt, hier verändere ich meine Funktion, äh, meine Variable war. Und hier überprüfe ich, ob meine Variable den normalen Wert hat. Aber hier habe ich ihn halt auf was Unnormales gesetzt. Kann sein, dass die in der Praxis niemals in der Reihenfolge ausgeführt werden. Sprich, zuerst meine Funktion und dann muss Variable 2 sein, sondern immer andersrum. Aber wenn ihr die Testfälle so schreibt, dann werden die von oben nach unten durchgearbeitet. Und da kann es durchaus mal passieren, dass eben so ein Ding passiert. Also so eine, so eine Seiten, äh, so ein Seitenheap sozusagen auf eure, äh, auf eure Variablen. So, und dann ist natürlich wichtig, dass auch Testcode gewartet werden muss. Das heißt, ihr müsst euch immer um diese Testfälle kümmern. Die müssen gepflegt werden. Und solche Dinge wie zum Beispiel hier eine Funktion zu testen, die einfach nur einen festen String zurückgibt, das macht keinen Sinn. Denn, das heißt, ähm, man sollte immer nur Testfälle für das schreiben, was auch wirklich schief gehen kann. Sachen wie Getter oder Setter oder sowas, die muss man nicht testen. Das sind einfach, äh, Sachen, die sollten nicht schief gehen. Wenn die mal schief gehen, dann kann man da auch mal ein bisschen Zeit investieren, um den Bug zu suchen. Und braucht keine Testfälle dafür, denn die gehen eigentlich fast nie schief. Ähm, weil sie einfach total trivial sind, weil man da nicht wirklich Gehirnschmalz reinstecken muss. Aber solche Sachen wie, ähm, wie irgendwelche komplexen Algorithmen, wenn der Sortieralgorithmus irgendwie neu gemacht wird oder sowas, dann ist es ganz cool, wenn man da einen Testfall hat. Denn, wenn man jetzt zum Beispiel hier mal sortieren, wenn man sich das mal überlegt, da kann sehr, sehr viel schief gehen. Zum Beispiel könnte man ein Element aus Versehen wegfallen lassen oder so. Und, äh, da lassen sich natürlich auch sehr, sehr leicht Testfälle erstellen. Zum Beispiel habe ich hier einfach eine Funktion Sort. Die nimmt ein Array, äh, das wir hier reinstecken. Und hier oben habe ich dann mein Array. Und das ist dann einfach unsortiert. Und am Ende gucke ich, ob das Ding sortiert ist. Da lässt sich super schnell ein Testfall dafür schreiben. Und sehr, sehr angenehm auch, oder sehr, sehr leicht dafür was testen. Und deswegen macht es hier auch durchaus Sinn, sich dafür ein Testfall zu schreiben. Weil da kann einiges schief gehen. Aber bei so einer statischen Funktion, die einfach nur immer irgendwas zurückgibt, sollte man eigentlich keinen Testfall dafür schreiben. Okay, das war jetzt ein etwas längeres Video. Ähm, aber es war auch, glaube ich, relativ viel Information drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt damit was anfangen. Und wir freuen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.